Was ihr gespielt habt, das ist The Lord of the Dance, das ist ein Irish Dance Show und die Musik ist komponiert worden vom Roman Handimann. Lord of the Dance ist eine Nacherzählung einer alten irischen Legende vom Kampf der guten Mächte und der bösen Mächte. Sie können jetzt nach dieser Brexit-Abstimmung selber entscheiden, welches die guten und welches die bösen Mächte sind. Für diese Darbeutung, also Lord of the Dance und die Absodie Andalusia, die wir bereits vorher gespielt haben, haben wir die Auszeichnung vorzüglich bekommen. Jetzt haben Sie den Knuss von unserem Wahlstück, The Lord of the Dance. und Sie können jetzt die Stücke auf den Kopf machen, die wir nun in der Luft anden, die wir gemeinsam haben, wie sich die Biblische der Zeit von dem Schöpfung besitzen, die wir in der Luft und die Schöpfung bringen. Wir werden in den Eletzten kommen sofort, aber die Wagen nicht nachdenklichen. Untertitelung. BR 2018 . 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 Musik 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 Musik